Ah, gut, dann ist der Spotify hier. Wie gewünscht, beziehungsweise von mir eigentlich gedacht, für die Türken, weil sich das so gefreut haben über mein Video, dachte ich, okay, ihr kriegt ein extra Video so kurz vor dem Anstoß, nicht mehr lange. Und für alle, die es nicht wissen, auch hier ist ein richtiges Drama. Es ist sogar noch ein größeres Drama als bei Portugal gegen Serbien. Denn wir sehen die Tabelle. Okay, Platz 4, 5, 6, uninteressant. Aber ich muss noch ein wenig das nach drüben schieben. Wir sehen es hier. Aber Platz 1, 2 und 3, jeder von dem kann sich noch direkt qualifizieren. Wenn Norwegen zum Beispiel bei den Niederlanden gewinnt, und dann steigt man die Begegnungen. Und Türkei vielleicht nur Remis spielt, sind sie weiter. Die Türken müssen Dreifachpunkten. Ansonsten haben sie ein Problem. Wenn sie Dreifachpunkten sind, sind sie auf jeden Fall safe weiter. Ansonsten wird es kritisch. Lasst Norwegen auch nicht spielen. Sie verlieren, werden sie eine Dritter. Aber Fakt ist, gewinnen sie, könnten sie sogar, wenn Norwegen dann gewinnt, an den Niederländern vorbeiziehen. Und das ist ja einiges. Dann wird immer sich direkt qualifiziert. Auf jeden Fall wird es richtig Spannung pur. Ich meine, man ist mit beiden Ohren, mit beiden Augen, sage ich jetzt mal, nicht voll fokussiert auf das eigene Spiel, zumindest als Fan, sondern immer ein kleines Auge oder ein kleines Ohrchen. Schaut natürlich oder hört natürlich rüber. Wie spielt Norwegen? Wie spielt Niederlande? Was könnte da passieren? Ich meine, ich weiß nicht, was für die Türken besser ist. Sagen wir mal, Norwegen schießt ganz früh ein Tor. Ist das gut für Türkei oder nicht? Weil, ich kann mir vorstellen, dadurch geraten die ja auch sehr unter Druck. Also daher ist die Frage, was ist für euch besser? Könnt gerne die Türken mal in die Kommentare hauen. Was ist euch lieber? Wenn es Spannung zum Ende ist oder wenn Norwegen früher ein Tor schießt, damit man weiß, okay, mit einem Sieg können wir uns direkt qualifizieren. Ist so eine Sache. Also eigentlich muss Türkei gar nicht nach Niederlande schauen, in Niederlande, sondern einfach ihr Spiel machen. Ihr Spiel gewinnen. Weil sie wissen, nur wenn sie gewinnen, sind sie safe in den Playoffs und eventuell Bonus. Punkt. Du kannst nicht mit einem Unentschieden hoffen, dass du dann vielleicht das irgendwie schaffst. Und Montenegro, ja, ist auch nicht unterschätzbar, darf man nicht wirklich unterschätzen. Also das wird, glaube ich, ein richtig spannendes, packendes Spiel von beiden Seiten. Und ich bin gespannt. Also ich schaue es mir auf jeden Fall an. Also beide Spiele parallel. Das eine da, das andere da. Wo schaut ihr? Schaut ihr es oder schaut ihr es nicht? Also natürlich, wo ihr schaut, ist klar. Aber ich meine, bei Freunden, alleine zu Hause, mit Familie, Vater, erzählt es mal gerne. Wir gehen jetzt mal alle Szenarien durch. Wann Türkei draußen ist, wann in den Playoffs und wann sie sogar die direkte Qualifikation geschafft haben. Gehen wir davon aus, Türkei verliert. Was wäre dann? Wenn Norwegen auch verliert, nicht schlimm, sind sie in den Playoffs. Gewinnt Norwegen allerdings, oder spielt unentschieden, ist Norwegen automatisch weiter. Also entweder Platz 2 oder 3. Aber Türkei ist auf jeden Fall Platz 3 und somit raus. Also sobald eigentlich Norwegen einen Punkt mehr holt, als die Türken, ist Türkei raus. Und das steht fest. Wenn die Türken unentschieden spielen, wenn Norwegen verliert, sind sie in den Playoffs. Spielt Norwegen ebenfalls unentschieden, sind die Türken in den Playoffs. Würde Norwegen dann, wie gesagt, gewinnen, überholen sie die Türken. Was wäre aber, wenn die Türkei gewinnt? Dann heißt es auf jeden Fall, mindestens Platz 2 ist sicher. Verliert Norwegen gegen die Niederlande, bleiben sie auf Platz 2. Geht das Remis aus, bleiben sie auf Platz 2, weil die Niederländer den direkten Vergleich gegen die Türken gewonnen haben. Beide hätten dann 21 Punkte. Somit wäre es schlecht für die Türkei. Aber Platz 2 auch gut. Aber sollte Norwegen gegen Holland gewinnen und Türkei ja somit auch 21 Punkte hat, haben die Türken 21 Punkte, Norwegen hat 21 Punkte und Norwegen hätte 20. Und somit würde Niederlande erneut nicht mit zur WM fahren. Und das wäre schon krass. Also wir haben da wirklich Spannung vor. Und ich hoffe wirklich bis auf ein Drama, bis zur letzten Sekunde. Und ich weiß, für die Fans an sich, die da mit drin sind, ist das schlimm. Das sind Nerven, die kosten ohne Ende. Aber ich meine, wenn das dann gut für euch ausgeht, das ist so ein Ding, wo du so lange glücklich sein kannst, was teilweise so lange vielleicht noch anhält, wo du dich gerne zurückerinnerst. Natürlich, wenn es dann schlecht für euch ausgeht, durch ein Tor in der 90. Minute, ein Gegentor, ist das scheiße, keine Frage. Aber ich liebe Spannung pur bis zum Ende. Egal ob Fan oder als neutraler Fan außenstehend. So oder so wünsche ich jetzt hier den Türken, ihr könnt, wie gesagt, weiterhin habe ich es eingeblendet gelassen. Alles, alles gut in Türken. Ich hoffe, ihr schafft es. Es wird Spannung pur. Und mal gucken, ob es eine Autokurse gibt oder ob sie es noch nicht machen. Wer weiß. Ich weiß nicht, ob ich nachher noch ein Video mache und wenn dann vielleicht wirklich so Shortcut-Ding von 1-2 Minuten und dann kommt morgen vielleicht in mehr Details. Muss ich nochmal schauen, wie ich es schaffe. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen geilen Fußballabend und wir hören uns, lesen uns, sehen uns, whatever und ciao, ciao.